Das ist eines der größeren Schaubecken, das wir im Kölner Aquarium haben und es stellt ein Riff, ein Korallenriff im Indopazifischen Ozean dar. Hier leben viele Korallen, niedere Tiere, aber auch eben Fische in einer Gemeinschaft, so wie man sie im Freiland auch beobachten könnte, wenn man denn an entsprechender Stelle auf Tauchgang geht. Und das ist eben eine faszinierende Zusammensetzung, ein Stück Natur hinter Glas und man kann es in aller Ruhe sich anschauen, kann es beobachten und wir züchten auch den ein oder anderen Fisch hier in diesem Aquarium und auch die niederen Tiere werden zur Fortpflanzung gebracht. Untertitelung des ZDF, 2020